Was geht, Leute? Ihr wisst, wer wir sind. BGK, 1, 2, Xufa. Wir sind hier. Sollen wir auch mal Hallo sagen? Klar, ihr dürft auch alle sagen. Hallo! Wir geben ein SO, ein Shoutout in die Welt, denn wir wollen euch ausbilden im Thema Weinbau. Wir freuen uns auf euch. Ja, wir freuen uns auf euch. Was müssen Sie denn mitbringen? Erzähl mal. Interesse, Engagement, Pünktlichkeit. Auf jeden? Genau. Viel Spaß am Wein. Auf jeden. Viel Spaß am Wein, viel Spaß am Glas. Das ist uns wichtig. Und ja, und zwar, der Vater wird euch ein bisschen mit in die Wingard nehmen, ein bisschen Dexheimer ballern, ein bisschen Rari fahren. Die Mama nimmt euch ein bisschen mit ins Büro, zeigt euch, was heißt auch die ganze Logistik, was ist mit DHL, mit Spedition und auch, wie man die Kunden akquiriert, Kunden telefonieren, ja, Leute, Telefon. Und ich, Leute, ich zeige euch einfach nur, wie man gut trinkt. Und zwar, ja, wie gesagt, bewerbt euch, wenn ihr Bock habt, geilen Wein zu machen. Und wir würden uns mega freuen. Wir haben richtig Bock auf euch. Wir haben auch richtig Bock, Leute auszubilden, weil es einfach schön ist, auch in die nächste Generation, aber auch in die nächsten Weinmacher zu investieren. Und es ist einfach was Schönes. Von daher, ihr inspiriert uns, wir inspirieren euch. Und es ist ein Geben und ein Nehmen. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit. Auf jeden. Deshalb, von daher, schreibt mir einfach eine E-Mail. Und ja, das war's. Wir freuen uns auf euch. Haut rein, Leute. Schönes Wochenende. Peace out. Tschüss. Wuhu. Vielen Dank.